wie ihr wisst sind wir mit dem buch der dem letzten kapitel soweit fertig und heute wollen wir beginnen mit einem neuen kapitel das nennt sich das buch über die geduld und die dankbarkeit und dieses buch besteht aus zwei teilen und er hat es so eingeteilt das erste handelt über die geduld da spricht er über die vorzüglichkeit geduld über die definition der geduld wie definiert man sie was ist sie die realität beschaffenheit davon und ihre arten und einteilungen eingangs erwähnt er dass allah taala den sabr diese geduld an mehr als 90 stellen im koran erwähnt hat kommt an 90 stellen oder mehr vor und es ist bekannt dass eine sache entsprechend ihrer wichtigkeit erwähnt wird die häufigkeit einer sache ist abhängig von ihrer wichtigkeit umso wichtiger sie ist umso öfters wird sie in den texten des koran erwähnt deswegen sehen wir das ist wie auch in der natur er sprach über den iman und die realität des iman und der grund warum er so häufig im koran erwähnt wird oder auch die namen und eigenschaften allahs es gibt fast keine zeile im koran in dem nicht etwas davon genannt wird fast keine zeile warum wegen ihrer wichtigkeit weil sie für das und weil sie für das geistige leben des menschen oder das leben seines herzens eben notwendig sind genauso wie luft und wasser luft und wasser sind für jeden menschen unentbehrlich deswegen gibt es sie auch in dieser menge und fülle jedenfalls zitierte dann hier einige stellen die über die geduld handeln in denen allah taala die geduld oder die geduld als ursache für jenseitiges wohl erklärt wie zum beispiel in der aussage allah taalas wir haben sie zu immer gemacht wir haben sie zu immer gemacht die die menschen leiten und führen ihr erinnert euch wahrscheinlich was das wort imam bedeutet oder der imam habe ich im letzten das gesagt sind menschen die als vorbilder fungieren können für die umma vorbildspersonen aber das wort imam wird nur für jemanden benutzt der tatsächlich für die ganze umma uneingeschränkt als vorbild fungieren kann uneingeschränkt wissen warum ich uneingeschränkt sage es kann durchaus sein dass es menschen gibt die vorreiterpositionen haben bestimmt bestimmte gelehrten in bestimmte in bestimmten gebieten oder meinen bestimmten gebieten kann sein dass er da tatsächlich eine vorreiterposition hat und seinen zeitgenossen überlegen war aber beispielsweise hat er gewisse mängel in seiner in seiner theologie wie heißt das theologischen theologischen ansichten also die akida da hat er bestimmt gewisse mängel so eine person auch wenn sie ein alem ist wie gesagt das kann durchaus sein dass ein alem ist in einer bestimmten in einem bestimmten gebiet oder in mehreren gebieten aber sowas sollte man nicht imam nennen dann ist er denn eine vorbildsperson für die muslime beispielsweise in diesem bereich der akida wenn er wir reden hier nicht von kleinen fehlern oder zweig fehlern müssen dass wir volk verstehen wir können die akida zusammenfassen in so große stämme ja wie so baumstämme diese großen baumstämme das sind die ushul also die universelle ansicht der person zu einer bestimmten sache dann hat diese dieser stamm aber zweige wenn man hier einen zweig oder ein damen in diesem zweig mal einen fehler gemacht hat aber der stamm also der astel die grundlage und die grundeinstellung von ihm in bezug auf dieses thema als ganzes ist akzeptabel ist das führt ihn das heraus aus dem bereich der ahle sunnah und das ist ein beispiel dafür ein beispiel dafür in bezug auf die namen eigenschaften allah taalas ist die einstellung der ahle sunnah grundlegend so dass diese namen und eigenschaften nicht metaphorisch als metaphorische ausdrücke angenommen werden sondern als das sind wörter die wir nicht so verstehen wie metaphorische ausdrücke wir verstehen sie nicht als el majaz sondern als wirkliche bedeutung aber gleichzeitig werden vier dinge gemieden diese namen eigenschaften sie werden nicht verglichen mit denen der geschöpfen ihre art und weise wird nicht bestimmt also der cave diese begriffe werden nicht von den bedeutungen ausgeleert also dass es nur noch so hüllen sind leere hüllen die keine bedeutung haben das was man dafür dafür nennt und sie werden nicht negiert also buchstäblich werden sie nicht negiert bei dem man hat diese einstellung aber in ein paar bestimmten ein zwei namen der eigenschaften hat er das begangen er hat beispielsweise der herz sie uminterpretiert als metaphorische ausdrücke aber seine allgemein universelle ansicht über die er das mal aus die fahrt ist dass sie nicht interpretiert werden nur er hat das in ein zwei dingen gemacht macht es ihnen zu einem muawwil für das ist nicht der fall das ist nur ein wir kennen das als ein nebensächlichen fehler nennt zweig fehler vielleicht das nummer zu dem wort al-imam und das schönste wort deines herren erfüllte sich an den kindern israels an den banu israel warum da sie standhaft waren ja auch wieder das wort geduld und wir werden denen die geduldig und standhaft waren ihren ihre taten mit dem schönsten vergelten das ist ein vorzug der ahle sabr und hier auch ein vers im koran der darauf hindeutet dass leute die ausgestattet sind mit geduld hier ist natürlich nicht gemeint das minimum an geduld und gewisse geduld hat jeder mensch irgendwo manchmal ist es auch so angezwungen geduld wisst ihr was angezwungen geduld ist was ich damit meine manchmal hat der mensch gar keinen anderen weg als einfach zu ertragen was gerade eben passiert und das ist nicht immer die geduld die von der scharia gefordert wird die geduld die von der scharia gefordert wird ist nicht einfach mal irgendwann zu akzeptieren dass etwas so ist wie es ist deswegen kennt bestimmt den vorfall als eine frau auf dem friedhof stand und sie hat gekrischen und geschrien und geweint also wie es bei menschen bei den frauen so ist wenn jemand verstirbt besonders jemand der ihnen nah am herzen liegt und der profet sallallahu sallam ist vorbeigegangen an ihr also friedhof und er sagte zu ihr habt geduld oder ähnliche worte sagte sie zu ihm sie hat ihn nicht erkannt weil sie war betrübt sie war eben mit etwas anderen beschäftigt und er sagte sie zu ihm gefordert gefordert verschwinde der profet sallallahu sallam weg gegangen und später als sie aus dieser aus diesem zustand wieder aufgewacht ist hat sie sich zurück erinnert dass das der profet sallallahu sallam aber erst sie ist zu ihm nach hause gegangen und entschuldigte sich bei ihm da sagte er folgende worte er sagte inna masabru endassadmatil ula geduld ist beim ersten schlag also nicht später aus diesem hadith können wir vielleicht noch etwas anderes entnehmen wo wir ihn gerade schon erwähnen das dürfen frauengräber besuchen wir haben gesagt da gibt es mehrere auffassungen der madhab ist aber dass es makro ist und eine ein großteil der auffassung das legitim ist unter anderem dieser hadith ist ein beweis dafür der profet sallallahu sallam hat sie nicht gerügt dafür dass sie auf dem friedhof war er hat sie nur gerügt für für das verhalten dass sie eine andere sache wie hier auch erwähnt werden kann wo wir das gerade ansprechen dass wir reden nämlich über die geduld und ihr wisst vielleicht dass die geduld drei kategorien hat das werden wir noch mal erwähnen aber noch mal kurz zusammengefasst es gibt die geduld hinsichtlich hinsichtlich der befehle allah ta'ala sie einzuhalten die geduld hinsichtlich der verbote sich ihnen zu enthalten die geduld hinsichtlich der schicksalsschläge des der oder des unglücks das ein menschen trifft sich hier hier kein missfallen zu äußern missfallen sei es mit der zunge indem man schimpft und jammert oder durch körperliche handlungen indem man zum beispiel seine kleidung zerreißt oder seine haare wie nennt man das ausreißt wie es manche frauen auch tun das weinen widerspricht es der geduld oder der zufriedenheit mit den entscheidungen und beschlüssen allahs sagt euch dieser name etwas gehört zu den zu der generation des helaf natürlich haben das andere überliefert aber er erwähnte dass er hat nämlich über dieses thema gesprochen geduld und ungeduld zufriedenheit deswegen habe ich euch letztes mal auch etwas gesagt dazu wir gleich noch mal kommen als sein sohn gestorben ist sein sohn ist gestorben und anstelle zu weinen hat er gelacht hat gelächelt und gelacht warum nicht weil er sich unbedingt gefreut hat dass sein sohn gestorben ist aber als ausdruck des der akzeptanz der entscheidungen allahs weil er zufrieden ist mit dem willen allah taalas das ist der willen allahs gewesen hat sich damit für er hat sich damit in den einklang gebracht und war damit zufrieden und hat hat deswegen gelacht und gelächelt was sagt ihr dazu die meisten würden meistens oft ist es so wenn man so geschichten hört oder liest viele von ihnen sind dann so erstaunt erstaunt wow so möchte ich auch gerne sein aber in der realität ist das was was al-fudayl ibn iyad hier gemacht hat eigentlich ein zeichen für schwäche es ist ein zeichen für seine schwäche gewesen warum als der sohn vom prophet sallallahu sallam abdullah gestorben ist hat er geweint oder nicht er hat er hat gesagt er als er gestorben ist er sagte in der leine der tat mal wo innen bei bei der jahze in der jahze und das auge tränt und das herz trauert aber wir sagen nur dass wir sagen nur das was unseren herren zufrieden zufrieden stellen also wir sagen kann wir schimpfen nicht wir sagen warum weshalb warum er was hat er denn getan aber er sagte das auge tränt und das herz trauert welcher zustand ist vollkommen der zustand des propheten sallallahu sallam oder der zustand von al-fudayl ibn iyad zweifelsohne der zustand des propheten sallallahu sallam warum hat er nicht gelacht oder gelächelt wissen wir das problem ist al-fudayl ibn iyad war nicht in der lage er war nicht in der lage seine menschlichkeit mit der mit der ubudiya mit der dienerschaft oder knessschaft zu vereinbaren er war nicht in der lage diese beiden dinge zusammen zu bringen und deswegen musste er eins vernachlässigen für das andere der prophet sallallahu sallam war aber in der lage seine menschlichkeit oder die barmherzigkeit des menschen dass etwas menschliches ist zu vereinbaren mit der dienerschaft deswegen sagt ibn taimiyah die menschen hier sind die menschen sind dreierlei Arten in bezug auf derartiges menschen die so abgehärtet sind also steifelsen harte herzen haben die durch kein unglück kein schicksalsschlag erschüttert werden ihre herzen erweichen das ist tadelnswert das ist tadelnswert deswegen sagt sagt auch der prophet sallallahu sallam zu einem mann was kann ich denn dafür wenn allah ta'ala die barmherzigkeit aus deinem herzen gerissen hat wenn du keine barmherzigkeit mehr in deinem herzen hast die zweite menschen das sind die die damit übertreiben bei denen das nicht nur beim weinen aufhört das geht schon viel weiter auch das ist tadelnswert dann ist die Mitte die Mitte das ist der Zustand des Propheten sallallahu sallallahu sallam deswegen nochmal zurück auf das was ich letztens mal gesagt habe die Aussagen der Salaf die ihr die an euch vorbeigehen oder ihre Taten wenn sie als einzelne Personen erwähnt werden oder Taten der einzelnen Personen sind sind sie kein Maßstab Das, was Al-Fudayl ibn Iyad hier gemacht hat, ist kein Maßstab. Auch wenn viele das, bloß wenn sie das sehen oder lesen, sie werden das als Vorbild nehmen. Aber das ist kein Vorbild in dieser Sache, das war seine Schwäche. Daher, auch in dem letzten Dorf hatten wir das wegen der Sache erwähnt mit dem Verpassen des Gebetes und dem nächtlichen Samenerguss, wo er sagte, dass das eine Strafe ist. Versteht ihr? Das heißt, ein bisschen kritisch muss man schon sein. Aber natürlich kritisch muss man sein, nachdem man durch Erfahrung, durch das Einlesen einen gewissen Geist der Scharia erkannt hat. Das ist wie im Hadith, jemand, der sich lange mit dem Hadith beschäftigt, dem Hadith des Propheten, natürlich ist das nicht die endgültige Phase, wo man sagt, das ist total ausreichend, um ein Hadith jetzt als akzeptabel, tauglich oder untauglich zu erklären. Aber manche Leute, wenn sie sich lange mit dem Hadith beschäftigen, es kann manchmal passieren, dass sie an einem Text vorbeigehen, da wird gesagt, fulan, fulan, überliefert das der Prophet, dies und jenes sagte. Aber sein Gefühl sagt ihm irgendwie, da stimmt was nicht. Er hat nämlich so, weißt du, das ist wie wenn du Bücher von einem Autor lange verfolgst und liest. Du prägst dir seinen Stil ein, du prägst dir seine Art und Weise des Sprechens ein, wie er spricht, wie er über Sachen denkt. Und wenn dann mal irgendwas anderes kommt, was ihm zugeschrieben wird, dann zweifelst du. Du hast so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Auch wenn er diesen Hadith noch nicht, also auf seinen Senat überprüft hat. Er weiß auch nicht, in welchem Buch er ist, aber es wird einfach irgendwo zitiert. Und so ist es auch mit den Aussagen der Leute, Aussagen der Gelehrten, wenn man den Geist der Scharia in sich, ich meine mit dem Geist halt so dieses allgemeine Bild der Scharia oder des Korans und des Sunnah, wenn man das in sich aufgenommen hat, dann hat man so ein gewisses Gefühl, so ein Instinkt. Aber wie gesagt, das ist nicht ausschlaggebend, aber es ist nur so ein Ansatz. Es ist ein Ansatz. Manchmal kann man natürlich falsch liegen. Deswegen sagte Umar, über den der Prophet sagte, wenn es Propheten geben würde nach mir, dann wäre es Umar gewesen. Umar hat sich aber auch in einigen Sachen geirrt, wo er von seinen Gefühlen her ausging. Zum Beispiel in der Schlacht von, man nennt es die Schlacht, es ist aber keine Schlacht gewesen, Resulatul Hudaybiyah. Das war ein Friedensvertrag, der in Hudaybiyah, also er wird so genannt, Hudaybiyah, zwischen den Muslimen und den Mushrikun stattgefunden hatte. Es war so, dass die Muslime ausgezogen sind für die Umrah, von den Umrah machen, nachdem sie lange Zeit davon abgehalten worden sind, vom Haram und Mekka allgemein. Und angekommen, dort angekommen, haben die Mushrikun gesagt, ihr geht wieder zurück, ihr geht dieses Jahr nicht rein und kommt nächstes Jahr zurück. Nächstes Jahr könnt ihr reinkommen. Der Prophet war damit einverstanden. Umar hatte aber etwas dagegen. Er sagte, das kann nicht sein. Er sagte, Sollen wir wegen unserer Religion benachteiligt werden, unterdrückt werden? Wir sind doch hier mit einem Herr da und vielen Leuten und sind alle bewaffnet. Warum lassen wir uns das gefallen? Also er hat sich geirrt. Denn tatsächlich, und wisst ihr, das Interessante ist, die Surat al-Fath, Surat al-Fath, Surat al-Fath, Surat der Eroberung. Al-Fathu, das ist die Eroberung oder der Sieg. Der Sieg. Zu welchem Anlass wurde diese Surat herabgesandt? Ja, das denken viele Leute. Eröffnung von Mecca, aber das ist nicht der Fall. Diese Surat wurde offenbart in Bezug auf den Friedensvertrag zu Al-Hudaibiyah. In Bezug auf den Friedensvertrag hier zu Al-Hudaibiyah. Allah nennt es Al-Fath. Umar nennt es Unterdrückung. Unterdrückung, Demut. Sich von anderen etwas gefallen zu lassen, was ihm nicht passt. Und Allah Ta'ala nennt es Fatah. Er sagt, Wir haben dir einen großen Sieg beschert. Wie geht das? Allah Ta'ala wusste nämlich, was dieser Vertrag für Folgen haben wird. Was wieder enden wird. Und wie hat er geendet? Er hat damit geendet, dass Mecca eingenommen wird, ohne dass auch nur ein Tropfen Blut vergossen wurde. Und dass sich die Meccaner, dass die Meccaner freiwillig den Islam angenommen haben. Deswegen hat Allah Ta'ala diesen Vertrag, diesen Friedensvertrag, Fatah Mubin genannt. Das ist aber, es gab auch andere Stellen, wo Umar sich geirrt hat. Ich wollte damit nur sagen, dass diese inneren Gefühle, sie sind oft richtig, wenn man so einen gewissen Erkenntnisgrad hat. Aber sie müssen nicht immer richtig sein. Das heißt, sie sind nicht endgültig. Es sind nur Ansätze. Gut, jedenfalls zurück zur Geduld. Allah Ta'ala hat in diesem Vers hier gesagt, Nur die Geduldigen bekommen ihren Lohn ohne Hisab. Wisst ihr, was Hisab heißt? El-Hisab ist eigentlich so ein Maß. Also Allah Ta'ala sagt hier, die Geduldigen, die sich mit dieser Geduld ausgestattet haben, die den Sabr in sich tragen, sie bekommen ihren Lohn, sie bekommen maßlosen Lohn. Maßlos. Maßlos. Das heißt, ihr wisst vielleicht die Hadiths oder die Texte, die darüber sprechen, Al-Hasana tu bi misliha, wie heißt das? Die Hasana wird zehnfach vergolten. Die Sayya, die schlechte Tat, einfach. Oder bis siebenhundertfach wird die Hasana vergolten. Hier, das ist das Maß. Und hier sagt Allah Ta'ala bi gayri hisab, maßlos. Dieser Maßstab gilt nicht für sie. Darum nennt Allah Ta'ala auch das Fasten. Über das Fasten sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Allahu azzawajalla sagt, as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Alle Taten des Sohnes Adams sind für ihn. Das Fasten ist aber für mich. Und ich vergelte es ihm. Warum wurde hier dieses Fasten spezifisch genannt, speziell genannt? Also es wird ja in diesem Ausdruck irgendwie den anderen Ibadat übergestellt. Weil das Fasten auch eine Art von Geduld ist. Das Fasten ist eine Art von Geduld. As-Sabr, Enthaltung. In den Ahadith wird auch über die Geduld gesprochen, mehrfach. Da gibt es einige Ahadith. Zu diesen gehört zum Beispiel die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Im Hadith von Abu Sa'id, der in Sahihayn überliefert wird. Er sagte, ma u'tiyah ahadun ata'an awsa'a minas sabr. Niemals wurde jemandem eine Gabe gegeben, die größer oder weiter ist als die Geduld. In dem Hadith, der ist aber als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht authentisch, aber durchaus als Aussage einiger der Sahaba, da sagt er, die Geduld hat eine Stellung in der Religion, im Dien, wie der Kopf vom Körper. Wenn der Kopf nicht mehr da ist, ist das Leben nicht möglich und genauso ist die Religion nicht zu halten, ohne ein Minimum an Geduld. Danach spricht er über den Unterschied zwischen den, also in Bezug auf die Geduld zwischen dem Vieh und dem Malaika und dem Menschen. Das wollen wir jetzt mal überspringen. Die Definition der Geduld, er hat hier eigentlich die Definition der Geduld angeführt, die, wie heißt er gleich, der Verfasser des Buches Gharib Al-Quran. Seinen Namen vergessen. Jedenfalls, es gibt so Bücher, die nennen sich Gharib Al-Quran. Und das sind Bücher, dort werden Wörter des Korans ausgesucht, die unverständlich sein können. Und da werden die halt dort behandelt, das nennt man Gharib Al-Quran. Gibt es auch im Hadith, Gharib Al-Hadith, unbekannte Begriffe im Hadith. Das sind dann Wörterbücher für diese unbekannten Begriffe. Al-Asfahani, Ar-Rarib Al-Asfahani, heißt er, der das Buch über den Koran geschrieben hat. Dort hat er eine Definition für die Geduld genannt. Er sagte darin, aber bevor wir diese Definition verstehen, vielleicht sollten wir noch etwas anderes erwähnen, damit man das genau versteht. Es geht darum, dass der Mensch, wenn er geboren wird, die geistigen Fähigkeiten, seine geistige, sein Denkvermögen, das ist ja alles noch nicht wirklich da oder ausgereift. Also das Kind, wenn es geboren wird, wird eigentlich getrieben von einem einzigen Trieb. und das ist so offensichtlich. Nämlich von dem Trieb nach der Nahrung. Wenn er dann so ein bisschen größer wird, entwickelt er sich weiter und es entwickeln sich neue Triebe, neue Neigungen. Es entwickelt sich eine Neigung dazu, seine Umgebung zu erkennen, Erkundschaften, eine Neigung zu spielen bei den Kindern. Und das entwickelt sich dann weiter. so mit dem Alter von sieben, acht Jahren entwickeln sich seine geistigen Fähigkeiten etwas mehr, seine Denkfähigkeiten. Also Dinge zu analysieren, hinterfragen, das entwickelt sich so mit der Zeit. Weil, was hat das mit der Geduld zu tun? Geduld hat nämlich etwas mit Geisteskraft zu tun. Geduld, weil der Mensch wird betrieben, ich sage es mal so, da gibt es einmal die Triebe in ihm und dann gibt es einmal Pflichtvorstellungen, die er hat. Diese Pflichtvorstellungen können natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein, das ist abhängig von seinen Weltanschauungen. Aber wenn wir von einem Muslim ausgehen, er hat gewisse Pflichtvorstellungen, gewisse Vorstellungen über Dinge, die er tun muss und die er lassen muss. Das ist in seinem Gehirn eingepflanzt. Aber das sind Triebe. Und diese Triebe, die stehen im Widerspruch manchmal zu den Pflichtvorstellungen des Menschen. Das heißt, da gibt es so einen Konflikt. Richtig? Es gibt einen Konflikt zwischen den Trieben oder der Veranlagung des Menschen, also seiner Natur, seiner körperlichen Natur. Sie verlangt gewisse Dinge. Sie hat Neigungen zu gewissen Dingen. Und dann haben wir hier diese, also links sind diese Neigungen, und rechts sind diese Pflichtvorstellungen. Oder wie würde man das noch nennen? Es gibt da so einen Begriff dafür. Wie heißt das? Am Damir nennen sie es auf Arabisch. Gibt es das vielleicht im Türkischen vielleicht? Damir. Lass mich ganz kurz überlegen. Manchmal hat man so Wörter in greifbarer Nähe, aber sie hängen irgendwo fest. Ja, sein Gewissen. Ich nenne es mal Gewissen. Sein Gewissen. Und dann haben wir diese veranlagten Instinkte und Triebe. Und das Gewissen verlangt etwas zu tun, das diesen Trieben widerspricht. So, und dann gibt es jetzt so einen Krieg. Und dieser Krieg findet statt in dem Herzen des Menschen oder in seinem Geist. Und es muss einen Gewinner geben und einen Verlierer. Und das entsteht eigentlich erst, wenn der Mensch ein bisschen geistlich ausgereift ist. Denn hier kommt dann auch ein bisschen der Verstand dazu. Der Verstand kommt auch dazu und steuert das Ganze oder beeinflusst den Ausgang dieses Krieges. Und hier kommt dann die Definition der Geduld. Er sagt, die Geduld Die Geduld ist ein Ausdruck, aber das ist nur, also das ist eine Definition, die ein bisschen reduziert ist auf einen Bereich der Geduld. Er sagt, die Geduld ist ein Ausdruck dafür, dass der Ba'ithuddin, Ba'ithuddin, das ist das Gewissen, das religiöse Gewissen in dir, dass das religiöse Gewissen gegenüber dem Schahawad obsiegt. Ja, das ist die Geduld. Wenn jemand obsiegt, nennt man ihn geduldig. Weil er harrt ja aus, er harrt etwas aus, er ist beständig gegenüber einer Sache, die ihn angreift oder umstürzen will. Das nennt man As-Sabra. Aber wie gesagt, diese Definition ist nur eine reduzierte Form. Leider ist es oft so, dass Theorien, Definitionen manchmal nicht als Ganzes betrachtet werden, sondern nur reduziert werden auf einen kleinen Punkt oder auf einen Bereich einer Sache. Dann spricht er über die Arten der Geduld. Was für Arten der Geduld gibt es? Grundsätzlich können wir das mal ganz grob einteilen in zwei Kategorien. Körperliche Geduld, körperliche Geduld, körperliche Standhaftigkeit, wie das Ertragen von schweren Handlungen, Ertragen von körperlicher Last, sei es in den Ibadat oder anderen Dingen, wie in der Hajj. Beim Hajj sieht man körperliche Anstrengung. Bei der Umrah vielleicht auch, aber nicht so intensiv wie beim Hajj. Und dann gibt es, das nennt er As-Sabran-Nafsani, As-Sabran-Nafsani, Geduld, die mit dem Geist des Menschen zu tun hat, seelische Geduld, geistliche Geduld. Wie zum Beispiel, das sich enthalten von dem, was die Triebe einfordern oder die Gelüste und die Neigungen. Und diese Geduld, wir nennen das mal alles Geduld, sie kann aber verschiedene Namen haben, je nachdem, mit was sie eben gerade zu tun hat. Beispielsweise, und das gibt es in der deutschen Sprache auch, diese Namen, diese vielen verschiedenen Namen dafür, aber das alles kehrt zu Geduld zurück. Wenn man sich den Neigungen und Trieben beispielsweise des Bauches oder des Geschlechtteils zurückhält, dann nennt man das Ifa, Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Aber das ist, Keuschheit ist eine Form der Geduld. Enthaltsamkeit, dass man sich den verbotenen Nahrungs- oder Nahrungsmitteln oder Getränken enthält, nennt man Ifa ist eine Form, der Geduld. Wenn man sich beispielsweise vor, wenn jemand im Krieg ist und sich dort ausharrt und standhaft ist, dann nennt man das Mut. Shaja'a ist eine Form von Geduld, Sabr. Wenn es darin liegt, wenn die Geduld darin liegt, seinen Zorn zu unterdrücken, ihn zu schlucken, dann nennt man das Kazmul Raij. Wenn es darin liegt, jemanden zu vergeben und ihn nicht gleich, sich gleich zu rächen bei jemandem, wenn jemand etwas sagt oder tut, das einem nicht gefällt, dass man das nicht gleich kontert, das nennt man dann Hilm, Sanftmut. Das ist eine Form der Geduld. Das heißt, die Geduld kann verschiedene Namen haben, je nachdem, mit was sie gerade zu tun hat. Danach spricht er über die Wichtigkeit der Geduld im allgemeinen Leben, im täglichen Leben des Menschen. Wir machen aber hier Schluss, das sprechen wir das nächste Mal an. und dem Alhamdulillah Rabbil Alameen